So, da sind wir wieder am Start. Halo 4, Folge 3. Und das letzte Mal wurden wir geil geschwertet von einem Elite-Viech. Ich hoffe, ihr erzählt jetzt hier keinen Scheiß. Halo-Story-mäßig, aber ich glaube, das war irgend so ein Elite-Viech. Ähm, was wollen wir eigentlich haben hier? Wir wollen eigentlich nix. Wollen wir das jetzt erstmal aufladen. Dann wollen wir den Typ da platt machen. Stark. Okay, diese Waffen sind übertrieben kacke. Granate. Kaputt. So, irgendwo hier war das Elite-Viech das letzte Mal. Wo ist es denn? Hier. Haust du ab? Deinem hässlichen Schwert. Auflad nach. Ey, die sind richtig clever, die Gegner. Da geht er down. So. Ich will das Schwert. Ich werde einen Softpatch von der Suche rühren. Ich weiß nie, was in Hand kommt. Ah, cool. Kann ich mich stelzen. Geil, stelzen. Stelzen, FTV. Das heißt ja nicht umsonst inoffiziell das Ganze hier auch. Let's stelz. Da ist das Phantom-Signal drin. Ich habe etwas gehört. Ich habe etwas gehört, dass sie das letzte Mal gesehen haben. Oh. Sentinels. Ist es... Ist es jetzt was Gutes oder was Böses hier? Muss ich es jetzt töten oder nicht? Ich glaube nicht. Und du? Hier wird er mal hin. Stellen wir uns mal rein hier. Komm. Es ist ein lokalisierter Sight-Cartographer. Hm. Okay. In Service of Forerunnershieldworld designate Requiem. Requiem? At least we know where we are now. Let's see if we can tell us what the Covenant are so interested in. What happened? I don't know. It locked up. I'm detecting power fluctuations in several locations. I'll put them up for you. Ah, okay. Hopefully we can find some way to get this Cartographer back online. Zu einzelnen Dingern rein und drauf drücken. Wo wahrscheinlich dann auf den Weg dort hin Gegner spawnen. Also würde mich zumindest überraschen, wenn nicht. Ah, nee, doch nicht. Ey, was ist los? Warum spawnen keine Gegner? Also hier lichteffektmäßig, das hat was. Der Master Chief. Der Master Chief kann sogar cool Knöpfe drücken. Kann nicht jeder. Oh fuck, das war knapp. Oh, das ist ja noch so ein Viech. So, jetzt reicht's hier. Jetzt reicht's. Ich höre den Typ hier doch rumhüpfen. Achtung hier. Kommst du her? Nein, doch nicht. Dann ist der hier jetzt dran. Bam. Voll im Kopf rein hier. Ah, ich kann mich ja stelzen. Wäre auch mal schlecht. Wenn ich das mal machen würde. Zack. Ist das das gleiche Signal? Ja! Mayday, Mayday, Mayday! UNSC AI Cortana zu Infinity, bitte respond. Ah, wir sind bloß besonders gut gestellt, wenn wir uns nicht bewegen. Damit können wir zoomen. Gut, ich meine, sie sind halt diese typischen Halo-Waffen, die man eigentlich gewohnt ist. Ein bisschen andere Optik, aber im Prinzip schon auch genau das gleiche. So. Wo müssen wir das überhaupt hin? Eigentlich wieder hier hoch, oder? Achtung. Bam. Ah, da geht er in die Luft hier. Das war geil, hier um die Ecke. Bam. Zack. Next. Next. Oh, fuck. Gehst du weg? Bauer, war knapp hier. Immer schön in Bewegung bleiben. To the Cartographer. Zack. Ah, ein bisschen läuft bei den Nasen auch irgendwie kacke Kältung. Was auch immer. Was auch immer. Ich bin, dass wir hier ein bisschen nach dem Planeten durchgegangen sind. Das ist nicht so gross, dass jemand anderes mal drühen in den Köln auswirken, als wir sicher waren. Das ist das Planeten's Hollow. Let me see if I can figure out a way to reach these coordinates that doesn't involve us digging a really big hole. There's a Terminus on the far side of the complex. We can portal to the planet's core from there. What? I don't know. If we have a shot at getting you back to Infinity, we're taking it. Okay. Let's get to that Terminus and find Infinity. Ah. What's for a shit. What would I do to go to Infinity? 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 I'm really sure that I had to hit the point. I had to hit the point, right? Oh no, I have to go to the point. Oh god. Oh, a sword 0%. Scouts, fortifying the bridge below. Stay sharp. Oh, I have no Waffen more, irgendwie. Ah, that's getting we now again. Yeah, come, schnell. Zack. Let's move on. Da hat man euch das Gefühl, oder ist das Gamecard übertrieben hell. Aber gut, ich glaube, das soll's sein. Ah, dieses Needler-Zeug. Das heißt, das ist immer Sound. Ah. Wollen wir mal eine gescheite Waffe aufheben. Auflad aus. Boah, das geht schön, die Luft hier jetzt. Okay, das Ding hat keine Schilde mehr. Hätte ich jetzt gedacht, zumindest. So, neue Waffe. Haben wir hier was? Da. Ja, hau ab. Scheiß, Dinger. So, komm her. Schön den Fuß rein. So, da sind wir. Gut, sobald wir über diese Perücke drüber sind, machen wir Schluss für diese... Oh, geil, Shotgun. Da stehe ich drauf. Shotgun. Nice. Shotgun ist immer gut. Okay, nicht unbedingt dafür jetzt. Zack, da geht er down. Komm her, ich mach euch fertig. Zack. Ey, das hat ja mal am Fuß geklebt. Hab's genau gesehen. Nachladen hinter mir ist angeblich noch was. Bin ja mal gespannt, wie das da hingekommen ist. Hm, wo, wo auch immer. Keine Ahnung. What the fuck? Fuck. Jawohl, das wisst ihr ja gerade. Jetzt ist ja gut hier. Au, au, au. Au. Ich muss weg. Fällt mir gar nicht hier. Oh, nice. So ein fett, das Ding brauchen wir jetzt. Damit kann man doch bestimmt dieses komische Rumfliege-Ding auch abschießen. Äh. Ne, wahrscheinlich ja nicht. Bam. Aber was für ein Stelz macht, dieses hässliche Teil. Wir müssen hier einfach mal weg. Ich hab keine Munition mehr. Bam. Bam. Okay, kurz, 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 wieder aufladen. Fuck, fuck. Komm, lad dich auf. Scheiße, muss das jetzt echt sein? Gott, gerade so immer sauknapp hier, was ich hier gerade fabriziere. Ich hab. So. Chief, die Covenant-Nets gehen crazy. Schafft. They're ordering all units to converge on the tower. I guess we got their attention. Ah, anstrengende Sache. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.